Hallo, ich bin der Christian, ich bin 30 Jahre alt und trainiere im Pur-Fitness-Alzina. Als ich mit dem Training gestartet habe, dachte ich mir einfach, okay, ein bisschen fit bleiben, ein bisschen was machen. Das hat sich dann nach der Zeit einfach gesteigert. Vor vier Monaten ungefähr habe ich mit 128 Kilo gestartet. Mittlerweile bin ich jetzt bei 115 und mein Ziel ist es dann dementsprechend, auf die 90 dann noch zu kommen. Ich bin hauptsächlich an den Geräten, also wirklich fast nur gedrehte, dann Cardio, immer so eine halbe Stunde, eine Stunde ungefähr. Meine Muskelmasse zu mir aufgebaut, dementsprechend, bin fitter geworden, Ausdauer ist besser geworden und die Rückenprobleme sind weniger geworden. In der Familie fällt es auf, dass ich dann Sport betreibe, den Arbeitskollegen fällt das mittlerweile auch auf und die sind begeistert und motivieren dann auch weiter. Pur-Fitness hier in Alzina ist echt super. Die Trainer, mit denen kann man ganz locker reden, helfen einem auch bei den Übungen, zeigen einem auch, was man dann falsch macht und verbessern einem dann mit dabei. Was ich erreicht habe, bin ich schon stolz, aber man muss sich dann seine Ziele auch setzen und die sind noch nicht ganz erreicht. Da kommt noch ein Weg dann hin. Seitdem ich Studioleiter hier in Alzinau bin, gehört der Chris eigentlich mit zum Inventar. Er ist fünfmal die Woche kräftig, fleißig hier am Trainieren. Das macht ihm Spaß, das sieht man. Er gehört einfach mit dazu und wenn er nicht da wäre, würde schon fast was fehlen. Bis zum Inventar. Bis zum Inventar.